Sonne, Regen, Schnee, Nieselregen, Sturm. Du musst ja schon einiges aushalten können. Ich bin Christian, Gerüstbauer. Ist natürlich schon körperlich anstrengend, klar. Aber das ist ja so der Reiz am Gerüstbauen. Du bewegst Tonnen an Material, da kannst du nicht faul sein. Man sagt ja immer, Gerüstbau ist nur Körperarbeit, aber das ist überhaupt nicht so der Fall. Weil jede Fassade ist unterschiedlich, da musst du schon überlegen, wo stellst du die Felder genau hin, wo schraubst du da ein Rohr. Also so einfach wie es aussieht, ist es auf keinen Fall. Da gehört schon ein bisschen Köpfchen mit bei. Ich treffe mich gerne mit Freunden, gehe Kart fahren, Fahrrad fahren. Liege auch gerne mal einfach auf der Couch. Wenn du den ganzen Tag draußen bist, bist du an der Luft und da den ganzen Tag am Malochen, dann bist du auch mal froh, wenn du an der Waage richten liegst. Die Lehre hat mich auf jeden Fall verändert, klar. Du siehst viele Dinge mit einem anderen Auge, weil du auch einfach dadurch reifer geworden bist. Was du da aber auch lernst, ist eigentlich das oberste bei uns. Du musst miteinander arbeiten. Du kannst dich immer auf deine Kollegen verlassen. Deine Kollegen müssen sich aber auch auf dich verlassen können. Du arbeitest dich nach oben. Und das macht Spaß, du trägst aber auch eine große Verantwortung. Und wenn das genau dein Ding ist, dann hol dir meinen Job.